Hey Leute und herzlich willkommen zurück zur Netzwerktechnik. Heute geht es um den Link-State-Algorithmus. Dazu habe ich uns mal unseren alten Graph wieder hier hergebracht. Das ist unser Netz und wir wollen da drauf jetzt den kürzesten Weg brechen. Achtung, Vorbedingung, sobald sich irgendein Gewicht ändert, also man erfindet oder man kriegt ja die Gewichte zwischen den einzelnen Routern oder Schicht-3-Betreibern, kriegt man ja dadurch raus, dass man da einfach kurz einen Ping durchschickt, alle paar Sekunden sozusagen und dadurch erfahren wir ungefähr, was so unser Gewicht auf der Kante von unserem Graph ist, sprich wie viel kostet es mich, wie viele Sekunden oder Millisekunden dauert, bis ich dann endlich mal da angekommen bin, also bei unserem nächsten Hop. In unserem Fall dauert es zum Beispiel von 1 nach 5 ein Paket zu schicken, 7 zum Beispiel Millisekunden. Okay, und jetzt würde man bei einem Link-State-Algorithmus immer das komplette Netz bei sich haben. Das heißt, jeder Knoten, also 1 weiß haargenau, was diese Kante hier für ein Gewicht hat. Das muss ausgetauscht werden und dadurch verschickt man einfach regelmäßig, also sobald sich eben was ändert, verschickt man die veränderte Routing-Tabelle an alle seine Nachbarn, einfach immer grundsätzlich. Das ist nichts Besonderes, sage ich jetzt mal, da brauche ich auch nicht genauer drauf eingehen, einfach wenn sich was ändert bei mir zum Beispiel, bei meinem Router, dann schickt mein Router das an alle Nachbarn, also an alle seine Nachbarn, sprich meinen Computer und keine Ahnung, an was mein Router eben noch so hängt und derjenige oder alle Empfänger können dann sozusagen ihre interne Tabelle aktualisieren und wissen dann auch, wie das komplette Netz aufgebaut ist. Das ist leider die Vorbedingung für Link-State-Algorithmen und deswegen haben wir hier auch komplette Sicht auf alles. So, wie funktioniert jetzt der sogenannte Dijkstra-Algorithmus, mit dem das Ding funktioniert? Wir nehmen einfach an, Nummer 1 möchte jetzt den kürzesten Pfad berechnen zu allen seinen Zielen, also 2, 3, 4 und 5. Das können ja alles die Ziele sein. Und Nummer 1 möchte jetzt berechnen, wie es denn für ihn aussieht, also wie schickt er ein Paket zum Beispiel zu 5. Und dazu gibt es diese Tabelle her, die 1, die steht nur dafür, dass gerade eben 1 betrachtet wird. So, und im ersten Schritt passiert, halt Stopp, das ist schon mal ganz schlecht, dass das hier oben steht, wir brauchen hier Platz. Im ersten Schritt betrachten wir nur 1, das heißt, wir sind hier bei dem Knoten und jetzt tragen wir hier ein, okay, ich habe zu Nummer 2 eine Kosten von 1 und der Vorgänger A, das ist jetzt doof, ich schreibe mal hier A, B und C rein, A, B, C, D, damit wir es unterscheiden können. Und wir sind bei, ups, jetzt, wir sind bei Knoten A und wir haben Kosten von 1 zu unserem Knoten B. Hier oben muss ich auch noch aktualisieren. Sorry, das war gerade doof gewählt, muss man natürlich auch vorher bedenken, ich weiß. So, okay, wir haben Kosten von 1 zu unserem Knoten B und der vorherige Knoten, über den wir gehen, ist Knoten A. Und das sind ja wir, das heißt, alles ist in Ordnung. So, für Knoten C, wir kennen ja das komplette Netz. Ähm, nee, nicht für Knoten C. Für Knoten C haben wir keine Möglichkeit, direkt von Knoten A irgendwas zu schicken. Also, es geht wirklich um das direkt hier. Ähm, und für Knoten D auch nicht. Aber für Knoten E haben wir die Möglichkeit, von A aus mit Kosten von 7 auf E zu schicken. Und der Vorgänger ist dann wiederum A. Okay, so, nächster Schritt. Wir nehmen den nächstgünstigsten Knoten, also B, und sind jetzt sozusagen bei B. Wir befinden uns jetzt bei B. Und was wir jetzt machen ist, wir betrachten nicht nur A, sondern wir betrachten A und B hier drüben. Das heißt, wir haben hier sowas wie A, B stehen. Können wir so uns vorstellen zumindest. Ähm, und jetzt können wir neue Wege berechnen. Das heißt, es ändert sich an dem Pfad zu A, äh, zu B. Ändert sich ja nichts, denn da sind wir gerade. Das heißt, hier ist jetzt quasi blockiert. Das heißt, hier darf ich nichts mehr ändern. Ich mache jetzt einfach mal so, dass ich hier nichts mehr ändern kann. Und zu C können wir jetzt endlich was eintragen, denn wir können direkt zu C irgendwas schicken. Und zwar mit Kosten von 6. Beziehungsweise mit Kosten von 5 von B und 1 hatten wir ja schon. Das wird direkt addiert. Das heißt, wir sind bei Kosten von 6. Und zwar für, mit dem Vorgänger B. Wir schreiben immer den Vorgänger rein, damit wir wissen, das ist ja die Tabelle, die nur A bei sich hält. Und A weiß jetzt, ah, ich möchte Daten zu C schicken, also muss ich sie zuerst zu B schicken. Und wenn ich sie zu B schicken möchte, muss ich sie zu, oh, bei A bin ich ja schon, also ich schicke sie direkt zu B. So berechnet er quasi jetzt seine Forwarding oder seine, seine Routing-Tabelle. Okay, ähm, zu D kann ich immer noch keine Daten schicken, aber ich kann für E meine Daten aktualisieren. Und das ist ziemlich cool, weil jetzt kann ich hier eintragen, hey, ich habe Kosten von 1 plus 2 sind 3. Und mein Vorgänger ist B. Das heißt, ich weiß jetzt, okay, wenn ich Daten an E schicken möchte, muss ich zuerst an mein B schicken und dann an E weiter. Und jetzt sind man sich wieder den nächstgünstigsten Knoten dazu. Das ist in unserem Fall jetzt, was kostet hier am wenigsten, den hier hatten wir schon, der ist blockiert. 6 und B, also Kosten von 6 ist jetzt nicht gerade wenig, aber 3 ist doch ganz okay. Das heißt, wir blockieren den Kram hier unten, da darf sich jetzt nichts mehr ändern. Und wir gucken von unserem Knoten E aus, was der nächstgünstigste Pfad ist. So, und jetzt können wir zwar zu C nichts aktualisieren, aber wir können zu D eine Verbindung aufstellen. Hier vorne tragen wir erstmal den neuen Knoten ein, A, B, E, dafür, dass wir eben bei A, B und E gucken dürfen. Und jetzt können wir hier sagen, zu D haben wir Kosten von, naja, 3, die wir schon hatten, plus 8, also 11, und Vorgänger ist E. Bei E können wir dann nachgucken, Vorgänger ist unser B und bei B können wir nachgucken, Vorgänger ist A und dann wissen wir, wo wir hin müssen. Gut, jetzt der nächstgünstigste Knoten, naja, 11 ist jetzt nicht gerade wenig, aber hier die 6, das ist deutlich weniger als 11. Das heißt, wir blockieren den Knoten C und können jetzt den Knoten C noch hinzufügen. Das heißt, wir haben hier A, B, E, C, Abec, was auch immer das bedeuten mag. Und jetzt können wir hier oben sagen, hey, wir können zu Knoten D mit Kosten von C, also 6, plus den Kosten von 4, das heißt 10 kommen. Das heißt, wir überschreiben diesen Wert hier wieder, sagen 10 und der Vorgänger ist C. Und fertig sind wir. So, und das heißt, wenn wir jetzt hier zum Beispiel zu D Daten schicken wollen, dann gucken wir hier in unserer Tabelle nach. Jetzt haben wir ja für alles einen Eintrag, einen fertigen Eintrag, mehr gibt es nicht. Jetzt können wir noch D dazu nehmen, aber der hat keine neuen Anschlüsse mehr. Und jetzt können wir gucken, wenn wir zu D Daten schicken wollen, müssen wir zu C schicken. Wenn wir zu C Daten schicken wollen, müssen wir zu B. Und wenn wir zu B wollen, dann müssen wir eben zu A schicken. Das heißt, der Weg zu D ist eben hier oben durch. Das ist super, das ist echt praktisch. Und ja, das Problem dabei ist natürlich, ich muss jedes Mal, wenn sich irgendwas verändert, meine komplette Routing-Tabelle an alle meine anderen Teilnehmer schicken. Das heißt, wenn sich jetzt hier zum Beispiel die Kosten auf 0 setzen, dann merkt C, oh, ich habe eine veränderte Routing-Tabelle. Ich schicke das mal an B und an D. D hat das ja selber schon mitgekriegt. Schickt seine eigene Routing-Tabelle mit den Pfadkosten an E. Und E und B schicken sich gegenseitig die Kosten und A natürlich auch noch. Ja, das heißt, jeder schickt alle Kosten an jeden. Und dafür gibt es eine sogenannte Broadcast-Adresse. Beziehungsweise es ist nicht direkt die echte Broadcast-Adresse von IP, sondern es ist die Adresse von OSPF. OSPF ist das Protokoll, was wir hier benutzen. Wie gesagt, letztes Mal hatten wir uns eigentlich nicht direkt das Protokoll RIP angeschaut, aber da es eh RIP ist, ist es auch nicht so wichtig. OSPF wird tatsächlich eingesetzt, nennt sich Open Shortest Path First und funktioniert genau so. Und was wir jetzt machen ist, wir schicken eine Nachricht mit eben diesen Informationen, die wir hier gesammelt haben, also mit den upgedateten Routing-Informationen, mit den Kosten im Prinzip, an alle OSPF-Router. Das ist eine eigene Adresse, nennt sich 224.0.0.5. Wenn wir da irgendwas hinschicken, dann kriegen das alle OSPF-Router und wir setzen dabei Time-to-Live auf 1. Was das bedeutet ist, sobald es beim Nachbarn angekommen ist, ist die Time-to-Live 0, also im Prinzip heutzutage der Hop-Count. Und der Router, also der OSPF-Router, der das empfangen hat, sprich jeder der benachbarten Router, muss dieses Paket nicht mehr weiterleiten. Das ist dann quasi genau an meine Nachbarn eine Dateneinheit und die schicken diese Dateneinheit dann, wenn sie sich selbst ihre eigenen Berechnungen hier fertig gemacht haben, schicken die weiter. Ja, ist natürlich doof, dass jeder hier so eine Tabelle führen muss, aber anders geht es nicht, beziehungsweise anders ist es nicht so effizient. Und deswegen macht man es auch genau so. Ja, das war es von meiner Seite auch schon wieder. Ja, ich glaube wir hören uns beim nächsten Mal. Ich hoffe es hat euch gefallen und bis dann. Ciao!